Audio to go präsentiert Sörensen sieht Land Nach dem Roman von Sven Stricker Es liest der Autor Prolog Stell dir vor, du bist einundzwanzig. Du bist einundzwanzig und ein Mädchen. Oder doch schon eine Frau. Du bist dir nicht sicher. Du bist irgendwas dazwischen. Du lebst in Kartenbüll, weil man dich da hineingeboren hat. Die dänische Grenze ist nah. Sonst ist alles fern. Es gibt Felder und endlose Straßen, die nirgendwo anfangen und nirgendwo enden. Wenn es nicht Wolken verhangen ist, regnet es. Wenn es nicht windig ist, stürmt es. Und alles, was du von der Welt siehst, sind Kühe, Schafe, Windräder und ein Deich, der die noch größere Ödnis dahinter verbirgt. Alles scheint zu stehen. Vor allem die Zeit. Du interessierst dich nicht für Schafe. Die Schafe interessieren sich nicht für dich. Du warst nie besonders beliebt. Zu breit, zu klein, zu unsportlich, zu langsam in Kopf und Körper. Dumm bist du nicht, das weißt du. Aber die anderen wissen es nicht. Wollen es nicht wissen. Kinder sind grausam, so heißt es. Und es ist wahr. Kinder und Jugendliche riechen Schwäche. Sie suchen sich Opfer. Und das bist nun einmal du. Das ist deine Rolle. Immer schon gewesen. Du bist nicht hübsch. Du bist nicht schlagfertig. Und du bist nicht witzig. Du hattest nie eine Chance, dich zu wehren. Du leidest darunter. Denn sensibel, das bist du. Alle denken, weil du dick bist, bist du stumpf. Doch auch das bist du nicht. Du weinst sehr oft. Abends. In deinem Zimmer. Denn deine Eltern dürfen nicht wissen, wie es dir geht. Ja, du wohnst immer noch bei deinen Eltern. Deine Eltern haben kein Verständnis. Deine Eltern haben einen Bauernhof. Sie haben einen Tagesablauf. Und die Viehwirtschaft läuft schlecht. Der Hof ist falsch. Deine Gefühle sind falsch. Der ganze Planet ist falsch. Und du bist verloren in deinen Ängsten, der ganzen Verwirrung. Du hast das Internet, in dem du viel zu viel Zeit verbringst. Das Internet und deine Träume. Aber keine Hoffnung auf Besserung. Du bist alt genug, enttäuscht zu sein. Aber zu jung, um zu verstehen, dass es nicht an dir liegt. Du hilfst auf dem Hof. Das musst du. Es ist dein Leben in Gummistiefeln. Du mistest aus und fütterst und melkst und schwitzt. Und kannst dich selbst nicht riechen. Aber niemand sagt ein nettes Wort zu dir. Du bist 21 und sehnst dir das Ende dieses Lebens herbei. Und dann stell dir vor, du wirst plötzlich gefragt. Zum ersten Mal. Von einem Typen. Aus deinem Ort. Von einem Typen, den du immer schon nett fandst. Heimlich. Niemals hättest du gedacht, dass er dich ebenfalls mögen könnte. Als Mädchen. Als Frau. Du wirst gefragt, ob du mitkommen willst. Zu einem Fest. Der Typ lächelt. Du fragst dreimal nach. Ob er es ernst meine. Ob das ein Witz sei. Auf deine Kosten. Nein, sagt er. Es ist ernst. In dir erwacht etwas zum Leben. Du sagst zu. Du freust dich. Es bleibt. Es hält an. Du veränderst dich. Schläfst besser. Sogar deine Haut fühlt sich straffer an. Deine Augen sind grün und schön. Deine Körperhaltung ist aufrecht. Deine Muskeln haben Kraft. Die Welt ist gar nicht so schlecht. Sogar die Schafe schauen zu dir auf und sehen fröhlich dabei aus. Du traust der Freude nicht. Aber sie ist da. Dann kommt der Tag. Der Abend. Du bist nervös. Du zitterst. Du beginnst dich zu schminken. Du versuchst es. Aber du magst dein Gesicht nicht. Die Augenbrauen. Die glänzende Stirn. Das Make-up macht es nur noch schlimmer. Es stellt aus, was du kaschieren willst. Die große Nase. Die roten Wangen. Du wischt es weg. Fängst von vorne an.